Leute, ich weiß, der Text, die Überschrift, das Thumbnail, das klingt alles sehr dramatisch. Aber so ein bisschen lockt es natürlich die Leute, weil der Inhalt ist natürlich trotzdem nicht gerade der geilste. Rest in Peace ist vielleicht ein bisschen wirklich dramatisch. Sehe ich ein, keine Frage. Aber geht mal davon aus, dass Kings Canyon letztmalig vor ewigen Seasons geupdatet wird. Denn laut Leaks wird es nie wieder ein Kings Canyon Map Update geben. Das macht Sinn, das ist auch nur logisch, würde ich behaupten. Denn in Season 22 kommt eine neue Map raus. Und es ist immer so, es kommt eine neue Map, dann gibt es pro Season erstmal ein neues Map Update. Manchmal auch gar keins. Und so müssen wir uns die Frage stellen, wie wird in Zukunft auch die Map Rotation sein? Wir hatten schon sehr oft jetzt Kings Canyon überhaupt nicht in der Rotation. Jetzt kommt wie gesagt District mit Season 22 eine neue Map. Und man muss sich auch die Frage stellen, wie willst du jetzt die verschiedenen Fanlager der gesamten Maps überhaupt zufriedenstellen? Weil es sind dann insgesamt sechs Battle Royale Maps. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich kann euch übrigens sagen, das nächste Map Update, was kommen wird, wird Olympus sein. Und Olympus hatte auch schon einige Map Updates. Also geht mal davon aus, dass in Season 23, vielleicht auch mit einem Mid-Season Update, wenn District kommt in Season 22, könnte das auch sein. Aber ich glaube ja in Season 23, wird auch Olympus letztmalig ein Map Update bekommen. Die fliegen natürlich nicht 100% aus dem Game. Das können sie auch nicht bringen. Das wäre auch echt ein bisschen drastisch. Aber mit sechs Battle Royale Maps und einer drei Map Rotation in Ranked und in Publix, meistens sind es die gleichen mittlerweile seit einiger Zeit, wird es schwierig. Denn die anderen 50% der Maps haben auch eine gewisse Fan Community. Und jetzt stellt euch zum Beispiel mal vor, oder ich, ich stelle mir jetzt vor, Kings Canyon ist meine absolute Lieblingsmap. Für Ranked ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Ist nicht die schönste Map, weil sie einfach zu klein ist. Das Stormpoint ist für mich aber schon wieder viel zu groß und so weiter mit gewissen Änderungen, die ich im letzten Apex-Video genannt habe mit dem POI-Draft-System. Wer das Video nicht gesehen hat, sollte das Video unbedingt gucken. Es kann nämlich sein, dass das ALGS-Draft-System kommen könnte in Zukunft. Das ist aber bis jetzt nur eine Vermutung, muss man mit Vorsicht genießen. Dann würde sogar Kings Canyon spielbarer sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dennoch, um zurück zum Thema zu kommen. Ich stelle es mir schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die kleinsten Maps, die sich am angenehmsten spielen, wo man nicht so lange suchen muss. Weil Broken Moon und Stormpoint sind nicht die Maps, wo die größten Freunde die meisten so sind. Ihr wisst, wie ich es meine. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Kings Canyon nicht in der Map-Rotation, World's Edge nicht und Olympus nicht in der Map-Rotation. Und wir hätten dann nur District, Stormpoint und Broken Moon. Dann ist das eine Map-Rotation, die wir alle nicht so feiern würden. Und District sieht erstmal groß aus. Habe ich auch schon ausgiebig darüber berichtet. Schaut einfach mal ein paar Videos, einige Videos zurück auf YouTube. Auf TikTok habe ich da noch nicht so viel hochgeladen. Aber das könnte schwierig werden. District wird sicherlich etwas kleiner. Ich nehme mal an, so von der Größe her ungefähr so wie Olympus. Schätze ich mal. Aber stellt euch mal vor, wir hätten dann so eine bescheidene Map-Rotation. Also Respawn muss sich definitiv was einfallen lassen, um die verschiedenen Lager der einzelnen Maps irgendwie zufriedenzustellen. Weil wenn die 3-Map-Rotation bleibt, dann wird es schwierig, die Community zu beruhigen mit Maps, die vielleicht 3 Monate, 6 Monate oder länger nicht in der Rotation sind. Deswegen, meiner Meinung nach, müsste die Rotation verändert werden von 3 auf eine 4-Map-Rotation. Was vielleicht auch ein bisschen nervig sein kann, weil gerade in Ranked, stellt euch vor, Tag 1 Kings Canyon, Tag 2 World's Edge. Dann kommt Olympus, dann kommt Stormpoint und so weiter und so fort jetzt als Beispiel. Und da könnten die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht 2-3 Maps dabei haben, die wir nicht gerne spielen, heißt aller 2-3 Tage maximal spielst du Ranked, weil du keinen Bock auf die anderen Maps hast. Deswegen würde ein komplettes Systemumdenken Sinn machen, dass vielleicht alle paar Stunden die Maps variieren. Oder wir vielleicht wirklich irgendwann mal selber entscheiden können, auf welcher Map wir Ranked spielen. Ich glaube leider nicht, dass diese Funktion jemals kommen wird. Es wird immer irgendeinen Grund geben, warum Respawn oder die Community sagt, Nee, das muss Respawn mal schön selber entscheiden, aber ich als Spieler hätte eigentlich gerne die freie Entscheidung, auf welcher Map ich spielen würde. In Ranked kann ich das vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber in Pubs, wenn ich schon mal Pubs spiele, was selten vorkommt, da wäre es wirklich geil. Wenn die Community entscheiden könnte, was zockt man. Oder es gibt vielleicht ein Auswahlsystem, so wie wir es in COD und jetzt auch in XDefined kennen. Denn du startest einen Modus und dann hast du zwei Maps zur Auswahl und die Mehrheit entscheidet einfach, welche Map ist denn jetzt dran. Und so könnte man zum Beispiel auch aller paar Stunden die Rotation der Maps ändern, dass du dich immer zwischen zwei Maps entscheiden kannst. Und aller, keine Ahnung, zwei Stunden gibt da die Änderung. Erste, ersten zwei Stunden, Kings Canyon World's Edge, dann Olympus, Stormpoint, dann Broken Moon und District und so weiter und so fort. So könnte man auf jeden Fall die Spielerschaft eher bei Laune halten, als vielleicht zwei Seasons hintereinander, vielleicht zwei geliebte Maps einfach gar nicht auszubringen. Das wäre schon ein ziemliches Drama, wie ich finde. Deswegen Leute, also wir müssen uns auf jeden Fall mit dem Gedanken klar beschäftigen. Es wird in Zukunft Maps geben, die nicht mehr geupdatet werden. Es ist irgendwie total bescheiden. Je näher ich mich ranzoome, desto blasser fange ich an zu wirken. Ne, desto roter. Ich habe keinen Sonnenbrand, Leute, aber es ist trotzdem, gerade, es ist Weltuntergang. Leute, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.